Musik Den Menschen Heimat geben, das ist das Motto unseres diesjährigen Monats der Weltmission. Wir sind hier in Gabela, in einem der größten Flüchtlingslager, wo über 60.000 Menschen, vor allem aus dem Südseedan, eine Zuflucht gefunden haben. Musik Das sind Menschen, die Heimat suchen, die Heimat brauchen und die Heimat finden durch den Glauben, durch die Gemeinschaft, den Glauben, der viele verschiedene Volksgruppen zusammenführt. Das ist ein ermutigendes Zeichen und ein Zeichen der Hoffnung, das uns in diesem Monat der Weltmission begleitet. Musik 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 Musik